Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TechIt mit dem TGW und mir dem Davido345 auch genau David oder Mr. Hans Wurst oder und wir waren in der letzten Folge genau hier und was ich auch nicht mehr habe ich nicht wir waren genau hier ich auch nicht es ist Worte 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 hinten zu den Bergen ist immer gut der Berge immer gut Niederschen überhebt ist egal stimmt sicherlich Texte Dauer herrn ob du könnten so stoff ist wir werden auch wo sie war das will ich da die Lava schließen es hat so ein spannender Scheiß geländen ich bin ein Schwert nicht dafür verbrauchen es ist gleich kaputt das ist auch der Kack von mir das ist so leckte so leckte nicht helfen nein aber wenn sich die Krieg auf einmal überhaupt nicht mehr bewegt haben und so ist so gehen kommen hier hoch ja die Schafe kommen zu leben lassen ich muss so schnell war die Katte was er sch euro zu machen oder wenn die찾ige Absoились Batsch keine ich möchte jetzt verstehe ich als kitz wir sind nicht mehr am Haufen Adler wir nehmen wir auf der Straße auf 今日 d noch auf begleiten den Bett meiner So 완�i kann jetzt ist die Gel exactamente er sei uns kurz auslager oder weil bisher ich hinter mir ich auch Schraubel will ich nicht die das sind die Schleitungen die die Gäste nicht macht bitte zu war Prozent Zauber Prozent der Stadt schreibt wir locken uns kurz aus wir ob der kurzer Karte und wir sind sehr gut weißt du was du krieg wirst auch voll verkauft ja wenn ich das da habe ich dich darum befetzt man kann aber in meinen Kopf nicht an die Uhr oder in der Skyline da hinten da liegt die verdammt so lange mal hätten wollen auch nicht einmal und du bist tot ich sagst dir der war aber gar nicht so schlecht ich schon ich mich veraschen ich bin vorbeigesprungen habe ich leben noch da war es leute das Telefon nach so ich hätte ein Karten machen ich habe auch gerne im Kaka ich bin macht Kaka Köln der Gäste an die die wir wissen nicht was das ist denn sie sind in seiner Kaka habe ich ihm gesagt heißt kurzer Karten neue festgestellt dass man Katja nicht mit Karten aber bisher auch wohl und ja dann erst mal den Kaka nicht es ist gleich so und wir sind zurück ich habe gesagt hat von einer Sekunde ist endlich zu Ende was sei das Problem war zwei Facts und nicht das Ziel vor nein Prozent doch das Leben gesagt ja aber das ist ja so ich dir ist der Fax und deswegen weiß man nie ob jetzt jemand anruft oder ein Fax kommt was ist das für ein Käse und das weiß man nur wenn man abhebt und dann ein Piep kommt dann weiß man dass ein Fax dann macht's Piep wo bist du denn schon wieder hin ja hier siehst du mich nicht bist du blind oder so hier aus der grauen Fläche ja ist schon gut die aus Steinen besteht und Rohstoffen was meinst du warum ich hier bin weil die saugeil ist ich habe es auch viel aber auch mal das ist ja nicht mal leise er hat ich habe schon so viel Koper gefunden was auch nur gefunden weil die Schwende dauern das sie hat auch es ist Prozent vor der Schicht und wie ist da ist er noch was das war der Wasser ein das Warten mehr holt welche immer mein Schatten gibt's auch so Bad Kürmer die ihm die Scheiße Prozent und das sieht man das oben das ist ja was du für die Größe die Scheinwerke immer und dann sieht man das oben wenn er hat das ja ich ich kann nicht zocken und während dessen Reden und das meinte dass du gerade getan hast Haltzahle so scheiß PC ist er ist aber kann ich den Ofen benutzen kannst du ja nein der geht davon kaputt ist ja schrecklich Kinder suchen uns jetzt mal dahinten würde ich sagen versuchen es ist mir dahinten wenn ein Mann war das normal wird war doch kurz da er hat so zufrieden die Wiese eine Werkmensch oder Holz das soll ich hab heute ja dann ist es schon eine vierte Welt wenn ja und Wörter er hat er muss dann Kassel Ofen machen ich will nämlich gern was brennen ich hab nur vier stein tut mir leid er hat vom Stand das geht sich aus er will nicht mehr da hatte ich muss noch zu versuchen den Hund zu kriegen Schöner hat nicht funktioniert doch das ist jetzt ein Fax ich gehe jetzt nicht hin das ist was sie gut wartet da war gestern er die Helm ja die Milchsteiner er hat den Begegnung der Städte der Bärsteine nach es ist ich habe die Graf die Box Kroft Kroft die Box Tee will in der Berg bin Schülwesternd Schwarz Schicht auch nicht dass ich hier brennen damit wir was zu essen haben Lerner Scheiß was schnell her den Scheiß für die Prozent wir teilen uns dass er jeder kriegt 14 ich krieg alles ich habe mich auch noch gehabt wenn ich so wie sich das Wort für das ist das heißt Händel Händel dass das denn ein ja schnapp okay schon mehr 14 Jahren dann hört du auf okay wir stehen wieder nur dumm und in der Gegend um ich kann werden müssen mal der Bischof holz abkupfen warum habe ich eigentlich verottetes Fleisch und ich mache in der Zeit mal was sehr nützliches und um ein bisschen Erde für mein Grundstück das ist ein bisschen gegratet ja vorausgesetzt sie sterben da drüben ist das sind übrigens Höhlen da gehen wir dann rein wenn wir dann das Essen gebraten haben hier jetzt ist es jetzt ist es Prozent es ist ja Prozent 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 und wir lässt sich er geht nicht so an mit einem Scheiß PC nun Leute der Scheiß PC haben zu einem der andere Landstuhl ich hab keinen Scheiß PC, ich hab nen Laptop und der ist nicht scheiße naja aber willst du das bitte wissen? naja bau schnell nochmal die Wirkwünsche hin warte erst schuldig mir noch das letzte Schweinefleisch ja hast du dir das grad genommen? nein warum nicht? also jetzt sind dann auch 14 und die kannst du haben wie viel Erde hab ich ja ich wollte mir noch ein bisschen sagen dann hab ich 3 Stacks und dann reicht das auch schon das wird noch nicht dunkel oder? doch es wird bald wieder dunkel aber jetzt gerade im Moment nicht nein aber ja so der ist hingesetzt fehl ich find das bei den Bäumen sind das coole Splatter Effekte das das ist der Hund und der Schweizer die haben sich grad lieb gehabt was? vorher das ist übrigens schon sieben Stück gut gar warum kriegst du xp ich hab keinen einzigen xp bekommen jetzt weil sie mehr verdient haben du bist d nein äh doch äh nein ich hab noch ein Teil getan was von mir ist okay das heißt aber nicht dass das jetzt für dich ist es sind zwei noch von mir zu dir ich wette mit dir alles in der XP dann muss man jetzt mal hin sind nämlich schon wieder elf Minuten vergangen ja und diesen Gönnest mit die zwei ja ist ja gut gehört trotzdem mir ach wie freue ich mich schon auf den Induktion Furnace selbst sich verarschen was der sofort mein Rostweine vielleicht das hast du auch ausgabe ich steppe wohl gar nicht das ist gebraten was ich rausgeholt habe erhält ich möchte auch noch der D-Fan ich jetzt ist zu spät alter so was von unprodukt was unproduktiv ich hab's eigentlich schon zwölf Minuten vergangen nur wegen deinem Käse wer hat sagt er waren zwanzig trotzdem so dass es nicht unterfällt was ist du mit runterfallen wer fällt denn hier immer runter allein schon bei Survival Games ne die Brücke wo du immer runterfällst erwähne ich mal du bist gerade unter Frankreich Hildur wird zuerst ich bin ihr nur nachgefallen aber Arsch Tittich so haben wir ein Sturz naja da und ich habe was hat so für Probleme ich halt drüber gesprungen ist mir auch egal wo ist das für eine Kackhöhle wir sollten uns zur Bergfahrt ziehen oder werden was sollten wir das macht es was sollten wir auf den Bergfahrt zieht werden während des Nachts aber nicht so alt kommst du das verliert sich nicht mehr wieder mit dem nicht du bist ja immer der nämlich nicht mehr wie er findet was ist das für eine Höhle ich habe keine Fackeln mehr er hat noch ein und zwanzig weiß man ein ganzes Stücken meine ganze Kohle zu fackeln das habe ich wieder ein Steck und fünf zwölf mal gucken ob diese schöne wunderschöne Höhle noch mal irgendwo hingeht irgendwo tiefer oder so dies war nicht von Haus und wie hier das war eine schreckliche Höhle das habe ich nie gesehen du kannst auch nur die ganze Zeit mehr gehen das ist es willst du so eine Scheißhöhle die total die Höhle ist total scheiße so eine schlimmer der Höhle ist doch so halt das das war auch nur an der Höhle verstehst du den Unterschied zwischen Erschrecken und Nörgeln ich will sagen wir wurden uns einfach irgendwo runter oder ich würde mich jetzt hier runter schlafen aber ich will nicht wieder am Server gehen nein geht das Schlafen auch mit Gold an statt mit Eisen eigentlich ich bin ja OP ich könnte ja Tag machen müssen wir nicht dauernd vom Server gehen das ist ja nichts anderes als schlafen eigentlich oder dann nein mann oder Super ist ein gut kurzer Cut R die Regen ist so auf und wir sind dann Mini Cut wieder zurück Regen zur Aufmerksamkeit und der Davido um jetzt da wie du und nicht da auch die Euro ist er weder 3 I noch 3 Euro es wäre auch die Siegert okay er hat ihm behauptet wir müssen erwidert okay Frau das mal ganz ist kein Herzschaden die Sette gleich mit dem Schwert auf sich los haben Prozent der kann auch kein deutsch kann ich die Stadt alle kamen und es ist hier und da oder nicht entscheidend doch warum nicht wenn ich will das ist so zu faul und das oft dass du dann nicht unterfällst halt den Mund das auch fest nicht unterfällt das gleich merke ich schon den Schlag in meinem Rücken von Davido von da da wie du ich hab nicht 15 A ich hab 3 die Wieser war auch immer nur an Nörgeln ein die Ake über Akku ich hab so ein Teil gefunden so und so und so und so und so und so eine der Menschen dort genau da geben wir nicht rein da ist jetzt aber ein Weg wollen ja man will und so dort um die Dio zu bestimmen damit er mich nicht stören tut er mann ich dachte ich meine Höhle mal wenn man auch ich werde aus dem Ohr schafft Bischof wie geht das denn bitte du Prozent ist nun nicht bei mir hier in Deutschland Prozent Prozent die Tuba darunter guck ob da irgendwo der Höhle ist es ist ich glaube ich seh da hinten was es ist kommst du ja ja bin schon da du gehst vor du gehst vor hat ja ich schaue nur ob man da runter kann ja kann man da waren wir schon na aber dahinten ist anscheinend der westerbergreifte ja es ist es zu schulden ich habe ich ja diesmal kann ich auch beweisen dass sie nicht runterfallen unbedingt da ist ein creeper übrigens okay ja fall halt wirst du mich du scheiß wichser so halt auf nein zwei herz so so komm du lebst da doch sei froh drum ja sei du froh drum dass du noch lebst oder so so da hättest du mir schön meinen Sorn an Schweinen auslassen wow ein Durchgang wow ist das geil so fertig das habe ich nicht mal gesehen das meinte ich nicht mal hallo ich hab das weggeschmissen seit wann kann man im Laufen nichts mehr wegschmeißen was im Rennen auch als du weißt was der Unterschied kann man doch klar ist aber nicht warum nicht ja und Weltbaum ist sehr interessant du bist übrigens ziemlich leise worden ja bin ich das ja bist du okay danke gut zu wissen gern geschehen ich bin gerade hier auch daneben Koppar am hohen ja immer nur am nörgeln der Tür kann man nur das Koppel liegen lassen na wo ist der Schöne ich bin direkt hinter dir das hier in Mein Kampf gibt es nur Wolle wie oft soll ich dir sagen noch sagen ich habe mich gestern bei Hexen gefragt um aus Baumwolle Wolle machen kann aus Baumwolle aus Baumwolle wolle ach ja ja aber das zieht es eigentlich geilemts die Merkmalte und ich war warum gibt es hier keine Höhlen hat er muss man das Ziel aufschreiben macht das kann man es sich irgendwie abspeichern nein aber das kannst du nach der Aufnahme dir irgendwo aufschreiben Stimmt die Idee aber wenn wir hier sind oder ändert sich das Ziel des Sieg nicht so schnell es hat was erinnert sich überhaupt nicht so ja du vergisst natürlich wieder das Schweinefleisch ich brauch kein Schweinefleisch ich habe 17 gebraten das reicht mir erstmal mal Sprinten wäre meine Möglichkeit mein Freundchen hier meine Nummer mein Gott ich kann das sehe ich jetzt nicht als Beleidigungen an mir auch ich kann ich kann jetzt das was es wird ich kann auch doch er in der Kirche haben die man die Spitze zu erkennen Schädel er hier scheint nichts zu sein Ruhig tatsächlich nicht wie jemals eine Höhle finden werden und Höhle die Hälfte kommt das ist es gewesen auch schon wieder mit dem Dorf so ein Gelag Mann jetzt die der Spuren vor er bis zu den das ist nicht Nein ich sehe dich nicht das ist in der Wüste doch jetzt sehe ich da sind die Wüsten doch die Menschenrechte die die das ist klar sich auch bei Streifen vor allem das war es so wichtig zu haben hier hinten ins Wüsten E. Kulte ist so bleibt das war doch kein Öl natürlich ist das Öl bei mir ist das auf einmal wasser wurde wird das ist wirklich wasser das ist Öl hey wie geil ist das nicht aber hinten Öl ich habe mich verschaut es ist ein weiteres das Wasser geworden ich habe übrigens zwei Diamanten Auer Öl war das anscheinend auch auch reichern Abbauch und jetzt bei dir und die Brustplatte so ich nehme die Kiste mit es ist ja noch und aber ich hole mir da hinten die Karotten da ist er gut Kartoffeln Tuffel Kartoffeln Weizen Weizen das wird sich alle Kartoffeln Kulder die sind noch mehr kommen er ja ich da ich möchte der Verkaufmann Statt ist endlich ich und Kürtmann da doch die Gäste heute tun wir sollten über Nacht hier bleiben oder wir müssen uns sowieso ich hätte recht auf die Fall blöden sein es sei überhaupt die Nacht ich könnte ja ganz ausstellen wenn ich wollte darf er sich eigentlich die Bücherregale stehen oder halt dann die Bücher davon das war das bringe was ich hab mich immer gefragt ich bin der totaler Ticket genug da das lassen streiten sich die Kraft 7 mei 10 woanders heißt es reibt es die Gäste 3 was bringen eigentlich diese Lektan ich kann die Medina das wurde immer diese Pages drauf sind so da hat es auch dort kannst du das ist auch so mit Dimensionen da kannst du da Dimensionen mitreisen so wir müssen uns ja sowieso auslobten genau aber ich möchte eins probieren warte auf dann ist die Folge sowieso zu das stimmt wir haben schon wieder viel zu lang ja 6 aber immerhin haben wir hier noch dann ist die Hormann ist weiter mein Studium ja es braucht nur unbedingt da werden wir in die reingeben oder fechliche wenn euch das wünscht haben die Gelder beginnt auch Prozent auch ein mit sich nicht wünschen wenn sie immer wieder nicht ich bin vor Ort aber was denn das Geld nicht nicht ja ja hatte ich gedacht dass wir uns was zu sagen wird es gelingt doch jetzt habe ich sagen aber das ist das was ich muss ins Haus ich muss ins Haus wo bist du da bist du ja dann man das ist jetzt so weit ist ein Projekt wir nicht gut er will ich sagen Prozent das war für diese Woche wieder etwas länger ja es ist ja und es ist Prozent erhält es bis zum nächsten Mal da das Wasserwärtsland das zu sagen wirklich so geht es hier ist es Musik Musik